Die Gnade des Vaters und des Sonnens, des Heiligen Geistes, die Gnade Christi, der aufgestanden ist, sei mit ein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute in allen sechten Tagen, wir denken wieder alle an seiner Verstorbenen, den Verstorbenen aus der Familie, den Freunden, die ihr von uns gegangen sind. Sie wollen es ins Gebet hineinnehmen, der bieten, dass sie sich gewohnt haben. Denn keiner der Leben steht gericht vor dem Tag.